In diesem Video schauen wir uns das Nokia 2660 Flip einmal näher an. Hallo, ich bin Stefan von Brodros. Und ich bin Markus von Brodros. Markus, was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Heute mal kein Smartphone, sondern ein Feature-Phone, und zwar das 2660 von Nokia. Ja, also was, wofür Nokia früher immer bekannt war. Und hier haben wir auch ein Klapp-Telefon, also das 2660 Flip in grün. Und das Erste, was auffällt, ist, dass es sowohl ein kleines Display auf der Außenseite gibt, als auch ein Display auf der Innenseite. Und, was natürlich sofort klar ist, ist die relativ großen Tasten. Das Display, Markus, ist ein Touch, oder? Natürlich nicht. Nein, es ist kein Touch. Kannst du über das Steuerkreuz da unten am Ende ja letztendlich steuern. Und genau, ja, also 2,8 Zoll. Und ich sage mal, das Außendisplay hat 1,77 Zoll. Okay, also um Basisfunktionen vor allem zu zeigen, wie Anrufe und möglicherweise auch SMS. Und da kommen wir schon zum Thema, welches Betriebssystem ist denn verbaut? Und zwar von Nokia das Serie 30+. Also klassisch, was auch immer bei den Feature-Phones an Bord ist. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Hier unter der Klappe ist der Akku. Und das ist ja das, was man früher von den Feature-Phones kennt. Wie viele Stunden hält der, Markus? Also der hat 26 Tage Laufzeit. Also da spricht man nicht in Stunden, sondern in Tagen. Das ist unglaublich. Und der hat eine Funktion, die es bei den Smartphones heute eigentlich quasi gar nicht mehr gibt. Der ist wechselbar, genau. Der ist wechselbar, den kann man austauschen. Vielleicht hier nochmal ganz spannend, zeige ich auf der Unterseite. Da gäbe es noch einen Anschluss für eine Tischladestation, sodass man sich also auch dann nochmal für 20 Euro extra eine Tischladestation kaufen könnte. Und hier an der Seite ist dann die Ladebuchse. Das ist ein Micro-USB. Und hier haben wir den 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. Und den kann man dann ganz gut auch brauchen, weil man das als Antenne für was benutzen kann, Markus? Für den Radio natürlich. Der eingebaut ist. Und tatsächlich ist sogar auch ein MP3-Player an Bord, den man dann über eine Speicherkarte, die man einlegen kann, auch betreiben kann. Wie groß darf die Speicherkarte sein? Bis zu 32 Gigabyte. Bis zu 32 Gigabyte. Ja, ganz wichtig für viele Menschen ist, heute bleibt man ja nicht mehr per SMS in Kontakt, Markus, sondern quasi jeder per WhatsApp. Ist das auf dem Gerät installierbar? Leider nicht, nein. Okay. Also, aufgrund der Größe der Tasten dann sicherlich für jemanden, der einfach sicher sein möchte, dass er alles gut erkennen kann. Oder es nennt sich wie Digital Detox. Also derjenige, der halt nicht immer erreichbar sein möchte. Retro ist nicht nur das Gerät, sondern natürlich auch die eingebaute Kamera. Rentiert sich es zu erwähnen, welche Auflösung? Ist eine VGA-Kamera, also kannst Bilder machen, aber nicht zu viel erwarten. Ja, nicht zu viel erwarten ist die Frage des Preises, Markus. Ist das Produkt verfügbar und was muss der Kunde dafür anlegen? Ja, ist verfügbar und liegt bei 79 Euro OVP. Okay, ja, also wir sind ganz gespannt, wie ihr dieses Retro 2660 Flip findet und vor allem, welche Zielgruppe das bei euch nachfragt. Hinterlasst es in den Kommentaren und vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, Glocke setzen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin.